Willkommen bei telekom.tarife-angebote.de. Wir haben an unserem Standort hier einen Magenta-Zuhause-Hybrid-L-Tarif schalten lassen mit VDSL 100. Da wir aber eine relativ schlechte LTE-Funkversorgung innerhalb des Gebäudes haben, haben wir heute eine LTE-Außenantenne installiert und möchten Ihnen die kombinierte Geschwindigkeit mit VDSL und dem LTE-Datenturbo nun mit einem Speedtest zeigen. Ich starte nun den Test. Relativ gute Pingzeit von 21 Millisekunden und wir sehen hier, wir überschreiten deutlich die 100 Mbit. Der VDSL 100 Anschluss bei uns erreicht so etwa 90 Mbit, das heißt diese über 150, die verdanken wir dem LTE-Datenturbo, also etwa 60 Mbit werden nochmal per LTE zugeschaltet und der Upstream wäre normal bei etwa 40 Mbit und durch den LTE-Datenturbo erreichen wir hier über 60 Mbit, knapp 64 Mbit im Upstream, also ein hervorragendes Ergebnis für Magenta-Zuhause-Hybrid-L. Um noch einmal den Vergleich zu zeigen, wie es an unserem Standort ohne den LTE-Datenturbo aussieht, bin ich hier einmal in das Konfigurationsmenü des Speedport Hybrid gegangen und ändere die Konfiguration auf nur DSL. Das geht relativ fix. Und dann starte ich nochmal den Speedtest. Die Pingzeit bleibt relativ ähnlich. Und von meinem VDSL 100 Anschluss erreiche ich also ca. 93 Mbit im Downstream. Und dann schauen wir noch, was der Upstream macht. Hier erreiche ich mir sogar fast den geplanten Maximalwert von 40 Mbit. Noch läuft der Check sogar knapp drüber. 40,1 Mbit ist der VDSL Upstream. Aber mit dem LTE-Datenturbo von Magenta-Zuhause-Hybrid erreiche ich natürlich noch viel höhere Werte. So, nun zeigen wir noch die Umkehrung. Wenn beispielsweise der DSL-Festnetzanschluss einmal ausfallen sollte, funktioniert der LTE-Datenturbo auch ganz ohne DSL. Und welche Geschwindigkeit wir dann erreichen, zeigen wir hier. Also durch unsere LTE-Außenantenne haben wir hier als reine LTE-Verbindung, also etwa 64 Mbit im Downstream. Und dann schauen wir noch, was der Upstream macht. Kommen wir also so auf um die 30 Mbit. Der LTE-Datenturbo aus Magenta-Zuhause-Hybrid ist also auch ideal für die Ausfallsicherheit. Sie können also hervorragend weiter surfen und auch breitbandige Anwendungen nutzen, sollte Ihr DSL-Anschluss einmal ausfallen.